Dann würde ich gerne noch ihre Handlänge messen, vielleicht umgekehrt. Und dann können wir vielleicht noch ihren Handlniss auf ein Blatt, auf ein Stückchen in der Stadt. Sie haben auch einen spaßigen Job. Ja. Ganz einfach. Soll ich noch den Schreiber. Dann füllen Sie mal Ihre Hand auf das Blatt Papier machen. Das wird ganz knapp. Reicht gerade. Sollen wir das mal nachzuvollziehen. Das erinnert mich an meine Kindheit. Wir haben auch solche Spielchen gemacht. Aber da reicht nur noch ein kleines Blatt aus. Jetzt haben wir die Kückenplatten noch ein bisschen grösser und das Blatt wäre zu klein. So, das wäre gut. Meine Ringe sind ausgelöst. Die Finger wären wahrscheinlich noch ein bisschen länger wegen den Ringen. Die haben ein bisschen blockiert, aber das kommt schon ungefähr hin. Das ist ja niedlich dagegen. Das ist schon ein bisschen eine große Differenz. Darf ich Ihre Hand da auch mal zwischenmal, wenn wir den Vergleich mal sehen können. Das ist ja lustig. Ich kann das natürlich nicht so gut wie Sie. Ja, es braucht schon ein bisschen Übung. Ich mache das ja tagtäglich. Ja, das ist ein riesiger Unterschied. Es sieht aus, als wenn jemand in die Hände klatscht. Das ist aber wirklich ein großer Unterschied. Ja gut, dann wollen wir vielleicht noch einen Fußabdruck machen. Dann müssen wir einen Fußabdruck machen.